So Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde euch in diesem Video sehr viel zeigen über Texturen, über Displacement Maps und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch mein Texturen-Paket zu zeigen. Das ist aber nur ein Teil. Im anderen Teil möchte ich euch zeigen, warum es so aufgebaut ist und ihr werdet dabei eine ganze Menge über Texturen lernen, worauf ihr achten müsst, wo ihr kostenlose Texturen herbekommt und wo dort eventuell die Grenzen sind. Das Paket, was ich euch zeigen möchte, besteht aus 52 PBR-Texturen, also 52 Sets mit Displacement Map jeweils und in mindestens 4K. Einige Texturen sind auch in 8K. Und das sind jetzt aktuell 52 Texturen-Sets, wie gesagt, wird aber ständig erweitert. Ich möchte nicht am Ende des Jahres irgendwie 5, 6 Paket oder was draußen haben, sondern ich möchte wirklich ein, maximal 2 Paket oder so. Aber ich will nicht, dass der Laden voll steht. Die Sachen werden deswegen auch im Laufe der Zeit nur minimal teurer. Aber zum Schluss soll das einfach eine große Sammlung sein, die man dann kaufen kann. Zu einem günstigen Preis. Manche werden auf Blender Market um 10 Euro das Stück angeboten. Hier sind 52 PBR-Texturen aktuell zum wesentlich günstigeren Preis erhältlich. Aber das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Wir schauen uns das auch auf Blender Market an. So, das Ganze ist einmal als Texturen-Set erhältlich im Paket, gleichzeitig aber auch als Blend-File. Und das Blend-File kann man nachher für den Asset-Browser verwenden. Und das sieht dann hier nachher so aus. Beziehungsweise kann ich euch das Original-File zeigen. Das ist das hier. Dort sind die ganzen Texturen abgelegt für den Asset-Browser. Ihr seht hier Current-File. Das heißt, in diesem File sind diese 52 Texturen drin. Und es ist alles auch nochmal zusätzlich nach Kategorien geordnet. Wenn ihr das Ganze auf Gumroad runterladet, dort habt ihr das ZIP-File mit den einzelnen Texturen. Wie gesagt, sowieso auch dabei. Dort ist es auf Deutsch. Auf Blender Market ist es alles auf Englisch. Macht sonst keinen Sinn. Okay. Jede Textur ist Foto gescannt. Im Schnitt mit ungefähr 200 Bilder pro Scan. Das heißt, die Höhenauflösung ist dabei extrem genau. Ihr könnt damit Displacement machen. Ihr könnt das auch einfach dann als Bump und mit der Normal zusammen verwenden. Ihr habt klare Albedo-Maps. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist richtig krass. Und das Ganze ist auch kompatibel mit Virtual Layer und dem Water Layer Node, die im Quick Surface Add-On drin sind. Das möchte ich euch auch zeigen. Da kann man richtig coole Sachen damit spielen. Okay. Das heißt, ihr könnt hier jederzeit, gehen wir mal in das andere Blend-File rein, habt ihr hier zum Beispiel eine Plane und könnt dann ganz einfach aus dem Asset Browser Set hier zum Beispiel Asphalt nehmen und draufziehen und dann ist das da. So, wenn man natürlich die richtige Ansicht hat. Hammer, Textur muss geladen werden. Da ist sie. Und jetzt ist das alles hier vorbereitet. Wir schauen kurz rein. Shader Node. Hier ist alles drin. Und es ist auch gleichzeitig hier immer gleich die Heidemap schon vorbereitet. Okay. Die kann man dann als Bump verwenden. Man kann sie aber auch fürs Displacement verwenden. Das zeige ich euch alles. Bei dieser Map hier, das ist glaube ich die einzige Map, wo keine Ambient Occlusion Map dabei ist, weil es beim flachen Asphalt für mich einfach keinen Sinn gemacht hat. Okay. Aber es gibt noch ein paar mehr Einzelheiten und die sind teilweise sehr wichtig. Schauen wir mal ganz kurz in die Texturen einfach rein. Wir gehen jede einfach ganz kurz durch. Zu einen erzähle ich was, zu anderen nicht. Das ist hier der Asphalt. Und ich habe immer geschaut, das ist hier ein Standard Blend-File von mir. Das behandle ich in der Regel so, dass ich die Kugel so mache, wie ich es wahrscheinlich auch verwenden würde. Und unten hier lasse ich oftmals die Displacement Map richtig stark spielen. Das heißt, hier ist oft sehr dreidimensional zu sehen, wie das raussticht, weil mir das wichtig ist. Die Displacement Map ist das Schwierigste bei dem Ganzen. Eine einfache Textur wäre quasi in einer Stunde gemacht. Das hier dauert allein für die Rechenzeit ungefähr zehn Stunden für den Computer und ansonsten auch noch sehr viel manuelle Arbeit. Gut, Asphalt. Dann nochmal Bark. Also das hier oben steht immer der Name. Das ist jetzt Bark 1, das heißt, das ist eine Rinde für einen Baum. Die normalen Rindetexturen für die Bäume, die ihr so bekommt, die sind in der Regel nicht sehr gut und haben auch kein Displacement dabei. Hier ist das dann eben alles. Das sind teilweise kleinere Bäume gewesen. Das heißt, die haben dann keine Auflösung oder keine Realauflösung von zwei Meter mal zwei Metern. Die anderen Texturen sind alle auf eine Größe gemappt von ungefähr zwei Meter mal zwei Meter. Die sind teilweise kleiner. So, das hier. Dann mal die, die ist auch ganz nett. Die. Die ist auch richtig cool. Hier unten sieht man dann immer, wie das Displacement spielt. Die ist richtig gut. Kommt natürlich immer auf den Baum an, den man erwischt. Aber es ist natürlich wichtig, dass man eine gewisse Auswahl hat. So, hier mal die Brick Textur, also die gemauerten Steine. Da kommen weitere. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Eine ist gerade bei mir quasi in der Produktion. Die sind aber teilweise sehr aufwendig. Das mit solchen sauberen Steinen, das geht noch am ehesten. Aber ich habe da ganz andere. Und die sind nachher nochmal richtig krass. Das hier ist sogar aus einem Scan entstanden, wo ich beim Scannen nachher als Mesh das erste Mal den 200 Millionen Flächen Peak durchbrochen habe. Das war richtig heftig. Warum erzähle ich das? Also erstmal fürs Scannen. Ich mache nochmal ein Video für die Fotogrammetrie. Ein separates, wo ich euch alles Mögliche erzählen will, was alles wichtig ist bei der Fotogrammetrie-Technik und beim 3D-Scan. Also beim Scannen über Fotogrammetrie. Und ein Punkt ist, wenn ich alles auf maximale Details beim Scannen stelle in der Software. Wie viele Vertex-Punkte, wie viele Flächen bekomme ich raus? Das ist eine Aussage über die Qualität des Scans. Eine wichtige Aussage. Okay. Das hier war absoluter. Das Ding ist absolut durch die Decke gegangen. Und das habe ich mit dem iPhone gemacht. Will ich auch nochmal was dazu machen. Okay. Das ist cool. Und da kommen mehr. Wie gesagt. Das hier ist von meinem Burg-Ausflug mit der Drohne. Das ist eine ziemlich heftige Textur von einer sehr alten Burg. Die hier genauso. Das ist auch alles noch von der Burg. Das ist hier alles unter Castle Wall. So. Ich habe da noch ein paar Rendergebnisse. Zeige ich euch auch noch. Von diversen Beispielbildern. Hier bei der hat mir besonders gut gefallen, dass verschiedene Steine mit drin sind. Und die sind natürlich auch sehr schwer nahtlos zu machen. Nebenbei gesagt, alle Texturen sind selbstverständlich nahtlos. So. Die hier ist auch. Sehr cool. Hier kommen wir zu einer Sache, die mir auch sehr wichtig war. Beton. Ich meine, je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr wahrscheinlich sehr viel Beton. Finde ich einfach wichtig. Beton Texturen irgendwie. Keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall auch sehr cool vom Muster her, finde ich. Die hier auch. Ziemlich glatter Beton mit ein paar Steinchen drauf. Die hier mit ein bisschen Rauheit finde ich auch extrem, extrem realistisch. Vielleicht nochmal nebenbei gesagt, diese Szene hier, das ist in der Regel, ich meine, einige Bilder sind natürlich länger alt, ein paar Monate. Aber ansonsten ist das hier alles dieselbe Szene mit denselben Einstellungen. Das heißt, es ist in Sonne eingestellt, es ist in einem Baum im Hintergrund, der hier so ein bisschen Schatten werfen soll. Und das war's. Das heißt, ich habe ein gruppiertes Material. Dort werfe ich dann das Texturen-Set rein und der macht hier alles quasi automatisch. Okay. Also jetzt nichts irgendwie rumgespielt mit dem Material. Hier ein geriffelter Beton, der begegnet mir ziemlich häufig in meiner Gegend. Betonschalung, auch wichtig, finde ich. Vielleicht wohne ich einfach in einer zu betonstarken Gegend. Alter Beton, also wo noch mehr Steine verwendet wurden. Das war wahrscheinlich eine Zeit, wo man ein bisschen weniger Beton zur Verfügung hatte. Sehr, sehr schön. Die Bilder sind, glaube ich, nur 1000x1000 Pixel. Also hier mal dann nochmal einen betonierten Untergrund. Sehr rau. Das macht halt einfach Spaß, wenn man sowas hat. Beton ansonsten kann man natürlich auch einfach mit Notes machen. Aber sowas hier machst du natürlich nicht mit Notes. Okay, alles nahtlos, wie gesagt. Das ist meine Textur am Haus. Also meine Fassade ist aktuell auch die einzige Fassade. Habe ich aber bereits schon welche gescannt. Die werden dann quasi auch mit dazu geschoben als Erweiterung. Ja, hier mal Feld. Auch richtig gut. Sehr schön. Das ist ein Feld, wo halt noch nichts drauf bepflanzt ist. Man kann natürlich ein Feld, wo Pflanzen drauf sind, natürlich nicht scannen. Weil die Sachen, die rausstehen zu weit, das geht nicht. Das geht technisch nicht. Also für eine Textur. Okay, deswegen gibt es auch keine Textur, wo Gras quasi rauswächst. Das funktioniert nicht. Sehr schöne Highlights. So, nächste Feldtextur. Muss natürlich immer zwei sein. Die sieht ein bisschen anders aus. Sehr schön, auch hier unten zu sehen. Ich muss schauen, dass ich hier nicht zu lange brauche dafür. Hier haben wir, das kennt ihr eh alle, das ist eine relativ saubere. Das heißt, da kann man noch einiges dann drauf machen, zum Beispiel. Aber ein sauberer Untergrund ist immer super, weil da kann man dann extra Sachen verteilen. Und dann sieht man eben auch keine Wiederholung. Und sieht hier sehr, sehr schön aus. Das hier ist Pflasterstein. Den finde ich auch extrem cool. Also, ihr merkt schon, ja, ich finde meine Texturen super. Ich finde sie aber wirklich super. Ist kein Spaß. Hier einfach diese, diese kleinen Steinchen da mit drin. Und die sind sehr hochauflösend. Ich habe das auf meiner Webseite gezeigt. So, hier mal gerade ganz kurz Downloads. Und mal schauen, ob das hier beim ersten Mal komplett lädt. Nicht immer. Könnt ihr selber schauen. Geht ihr einfach bei mir auf die Seite Downloads. Und hier sehen wir eine Textur. Allerdings kann ich dort nicht alles reinbringen. Bei diesem Spielzeug hier. Könnt ihr da aufrufen. Die Reflectivity gibt es halt nicht, weil das natürlich keine Specular, keine Separate hat. Aber Albedo Map, Normal, Glossy. Also das ist dann die Roughness eigentlich und die Topologie. Und hier sieht man halt ziemlich krass. Schaut man, das ist eine Albedo Map. Das ist eine richtige Color Map. Ohne, ohne Ambient Occlusion. Und das ist halt, das ist eine wichtige Sache. Weil bei Cycles, das zeige ich euch nachher, ist es in der Regel besser, wenn ihr die AO, also die Ambient Occlusion Map ausschaltet. Bei Eevee brauchte die aber. Okay. Und wenn man sowas separat hat, dann kann Cycles eben wirklich komplett die Stärke ausspielen. Und das sieht dann wesentlich besser aus. Ich meine, alleine hier dieses Loch müsste natürlich ganz anders aussehen. Und das ist natürlich eine reduzierte Textur an der Stelle. So, kann man hier drauf drücken und dann wieder auf hier drücken. Dann kommt wieder die komplette. Und die andere Textur hätte ich auch noch ganz gern gesehen. Das muss ich dann hier einfach nochmal neu laden. Dann müsste das gehen. Genau, schau mal da rein. Das ist jetzt hier, die ich euch gerade gezeigt habe. Und das ist hier eine Vergrößerung von 100. Also das sind hier quasi ein paar Zentimeter. Und hier sieht man halt die Steinchen und ein kleines Mini Ästchen. Und hier wieder die entsprechenden Layer. Und das merken wir uns. Und dann schauen wir hier nochmal rein. Das ist die. Also hier ist wirklich komplett vergrößert gewesen auf den einen Teil oder auf einen ähnlichen Teil zumindest. Ich finde die richtig gut, richtig gut. Das hier auch. Pflaster mit so ein paar Steinchen. Auch ganz nett. Die hier. Das ist genau immer die Herausforderung. Texturen zu scannen, die natürlich auch gebraucht werden. Wo werden die oft gebraucht? Beziehungsweise was für Texturen sind das dann immer? Die, wo belebte Räume sind. Die suche ich dann in der Früh um sechs auf, wenn möglichst noch niemand da ist. Und hier habe ich das in meiner Nachbarortschaft gemacht. Die haben nämlich solche alten Steine. Die nächste auch. Die hier. Hier ist unten an dem Ding die Normal verdreht. Deswegen sieht das hier ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, fahre ich hin. War ich um sechs dort, habe alles aufgebaut, habe das gemacht. Und mich haben insgesamt in der einen Stunde, wo ich das gemacht habe, die insgesamt hier 400 Bilder oder was, drei Leute angesprochen. Na Gott sei Dank wird endlich die Wasserleitung repariert. Die haben gedacht, ich mache dort irgendwie Aufnahmen oder so, um das vorzubereiten, dass dort aufgegraben wird und die Wasserleitung erneuert wird. War ganz toll. Naja, das ist immer, das ist eines der großen Herausforderungen, diese Bilder überhaupt zu kriegen. Das hier ist im Wald, das hier Forest 2, die heißen, glaube ich, Wald im Deutschen. Naja, und das ist halt, das ist halt schon cool. Ja, die Sachen liegen oben drauf, wie wenn sie extra verteilt worden wären, beziehungsweise also, ob man hier sie nachträglich als Partikelsystem drauf gemacht hätten. Ist aber nicht, ist alles nur Textur. Ja, und ich glaube allerdings, dass ich bei der Aufnahme, bei dieser Aufnahme tatsächlich den einen oder anderen Ast dort vorher verteilt habe, damit ein bisschen was Nettes mit drin ist. Hier ist ein großer Ausläufer von einem Baum, ziemlich, ziemlich nett. Und hier so kleine, wie heißen diese, Zapfen da, diese Tannenzapfen. Ist eine spezielle Gegend bei uns. Ist ganz, ganz cool hier. Die ist auch sehr gut. Die sieht hier gar nicht so stark aus, aber die verwende ich extrem gerne. Die ist, die passt einfach sehr häufig. Und ja, was soll ich sagen? Das hier ist total, total geil. Da fällt mir kein besseres Wort. Ich versuche dieses Wort immer zu vermeiden. Das hier ein Weg. Natürlich auch alles nahtlos, ganz klar. Der ist aber gestreckt auf 1 zu 2. Das heißt, ein Weg geht ja normalerweise immer in eine Richtung. Und ich habe geschaut, dass ich diese Richtung länger aufnehme. Und deswegen ist hier das Verhältnis 1 zu 2. Der Vorteil ist, die Wiederholung beginnt nicht so oft. Und dadurch kann man die verwenden, ohne dass man großartig nochmal separat irgendwas macht, um die Wiederholung zu verbergen oder so. Hier ist sogar ein Fußabdruck von mir drauf. Das ist eindeutig mein Profil. Macht nix. Sieht realistischer aus. Die ist auch sehr cool. Haben wir nachher auch als Ergebnis. Das ist ein bisschen hier zu hell am Boden. Aber das ist eine ganz normale Grundtextur. Was haben wir hier? Split. Die sind teilweise eben in 8K. Und hier was relativ normales. Und das ist glaube ich die 8K. Die hat extrem viele Details. Extrem viele kleine Steine. Ich meine, man schaue sich das an. Und hier ist der Hammer. Auch super. Auch super. Nichts großartig gesagt. Schau mal hier am Boden. Das ist quasi, wie wenn man da hocken würde. Die finde ich auch sehr nett. Hier habe ich ein bisschen mit Roughness noch mal spielen können. Das ist halt quasi Matsch, Split, Gedöns. Und viele kleine Steine hier. Das sieht aus, wie wenn die wirklich verteilt worden wären. Das ist immer extrem schwierig. So was zu erwischen und hinzukriegen. Das ist der ganze Witz dabei. Aber es ist auch, ja, was soll ich sagen, sehr, sehr schön. Hier dasselbe. So drüber geplättet quasi. Also wie ein Split, wo Matsch draufgekommen ist. Und nachher ist einer mit einem Verdichter drüber gefahren. Die ist auch sehr, sehr nett. Hier einfach was Raueres. Aber auch grundsätzlich ein verfestigter Matschboden. Hier mit ein paar Steinen. Und die Kunst bei den Steinen ist immer, vielleicht zeige ich das irgendwann mal, dass eine Displacement Map darf natürlich nicht über 90 Grad auf einmal rauf gehen. Dann geht das zwar an der Stelle gerade rauf. Also hier an der Spitze kann man das vielleicht am besten zeigen. Geht es dann quasi rauf über die Displacement Map und vielleicht auch wieder runter, wieder rauf. Wie auch immer, wenn so Steine rauskommen. Aber dann hat man seitlich an der Stelle keine Farbe. Und das ist eines der großen Kunststücke, das hinzukriegen, dass das nachher wirklich so aussehen kann. Gut, wie auch immer, auch richtig, richtig, richtig nett. Ist verschiedene Krankheit von mir, dass ich das so cool finde. Vielleicht mache ich es deswegen auch so gern. Macht ja nichts. Das ist hier von meiner Pergola. Das Holz, das ich selber verlegt und geschraubt habe. Da ist sogar eine Metallic Map dabei. Kommt nicht wirklich viel durch, aber ist dabei, kann man dementsprechend auch dann noch verstärken. Man sieht ja wirklich auch die Strukturen vom Holz und dass es lackiert wurde. Das sieht hier so ein bisschen wellig aus, weil ich das tatsächlich mit einer, wie sagt man, mit einer Sprühpistole gemacht habe. Und ja, dann haben wir hier einmal, das läuft mit einem Metal, Painted Metal quasi. Also da ist auch eine Metallic Map dabei, aber die kommt auch nicht sehr stark durch. Aber das ist das, wie ein Metall nach oxidierter Zeit bemalt aussieht. Dach. Kennt ihr, glaube ich, eh schon. Hier nochmal eins mit anderen Schindeln. Hier Stones. Die ist, die ist auch sehr heftig, mit sehr heftigen Steinen. Und hier sieht man, normal zeigt euch das keiner, aber ich zeige euch hier. Das ist ein Übergang, wo die Displacement ein bisschen zu steil geht. Hier auch. Und an der Stelle hat man dann quasi keine Farbe. Das ist, ist aber bei so Steinen hier natürlich extrem schwierig, das hinzukriegen. Weil hier ganz einfach, hier hat man immer leichte Drops in der Displacement Map. Und hier ist es aber zum Beispiel optimal. Der Winkel hier auch. Das geht. Und das, das hier ist von meinem Hochbeet. Die hat mich, glaube ich, drei Tage gekostet, die dann so zu erzeugen, dass die auch die nötige Größe hat und dass die wiederholt werden kann. Das war extrem viel Handarbeit. Und mein Fußboden im Obergeschoss. War auch nicht so einfach, aber die lohnt sich auch extrem gut. Die hat eine sehr schöne Roughness mit. Okay, das sind mal diese Sachen. So, also auf Holy Heaven seht ihr, dort bekommt ihr kostenlose Texturen her. Das möchte ich natürlich jedem zeigen, weil das ist ja auch ein Tutorial und dementsprechend brauchen wir auch kostenlose Alternativen. Hier gibt es insgesamt 260. Ich muss sagen, die Seite, meine Pulli Heaven selbst ist jetzt jung, aber die Seite selbst, wo es herkommt, also was war das gewesen? textureheaven.com ist schon ein paar Jahre alt und da wundere ich mich eigentlich, dass das 263 sind und nicht vielleicht 500. Und hier gibt es teilweise, also ich glaube, hier ist sogar sehr viel 8K, was wirklich gut ist. und ich schaue gerade, ob ich eine Textur finde. Ich hatte einmal Sand gesucht. Ich müsste schauen, Terrain vielleicht. Da ist einiges. Und hier sind teilweise eben die Color Maps, die haben einen Schatten drauf. Da gibt es so Kleinigkeiten, also das ziemlich durchwachsen, wobei die auch sehr gut sind, die Texturen. Teilweise sind sie auch sehr klein, das heißt, die sind dann auf einen Meter gemappt. Das heißt, die wiederholen sich sehr schnell, aber auf jeden Fall sehr viele Texturen und sehr nettes, aber auch Floor, warte mal, ich suche Wood eigentlich, dass es extrem schwierig ist, Holz Texturen zu bekommen. Und hier findet man aber dann doch einiges. Vom Holzboden jetzt nicht so richtig viel. Ah, hier ist auch so eine, wie von meinem Hochbeet. Und hier. Okay, also hier findet ihr immer Texturen und wir gehen jetzt einfach mal auf eine drauf und wir sehen hier 2K und die geht sogar bis zu 16K. Leck mich am Arsch. Aber die Grafikkarte muss natürlich auch erstmal haben. Man kann es natürlich beim Prozessor rendern, das geht immer. Wüsste ich nicht, dass nicht. Der Rahmen speichert es normalerweise immer groß genug. Das ist krass. Also 8K ist schon schwierig für den Computer. Dort wird das vor allen Dingen das Nachbearbeiten extrem zart. 16K, puh, das ist, das ist heftig. Und wenn wir uns da die Größe anschauen. So, sehen wir hier, das ist dann ungefähr der Ausschnitt. Muss ich gerade schauen. Hier ist es schon wiederholt. Hier ist es schon wiederholt. Das heißt, gerade mal schauen. Das scheint hier ungefähr der Pattern zu sein. Hier sehen wir, ist es aneinander gestischt worden. Also hier ist diese Nahtlosstelle und hier oben auch. Das sieht man hier. Das ist nicht gut. Das, ja, nicht so gut. Also der Pattern ist extrem klein. Das heißt, jetzt im Verhältnis zur Realgröße und so würde das wiederholt aussehen und ihr seht eindeutig die Wiederholung. Das hier ist der Kasten. Und das sind halt diese inkonsistenten Sachen, sage ich mal. Bei mir habe ich halt geschaut, dass es auf jeden Fall immer zweimal zwei Meter sind. Teilweise sind sie, na hoppala, was ist denn hier los? Geht die Textur nicht? Ich schaue mal auf eine andere. Sehr schön. Die sieht sehr gut aus. Aber auch hier sieht der Pattern sehr klein aus. Ich weiß nicht, ich habe so mitgekriegt, dass zweimal zwei Meter eigentlich dann quasi Standard sind, aber offensichtlich, schauen wir gerade mal, die sieht besser aus. Glaube ich auch nicht. Zwei Meter mal zwei Meter. Gut. Ich wollte euch was zeigen. Wie gesagt, polyhaven.com. Ich setze euch einen Link dafür natürlich in die Beschreibung. Hier gibt es auch HDi Maps, die besten wahrscheinlich. Und es gibt 3D Modelle, die auch extrem gut sind. Wie viel sind das momentan? 140. Kann man immer gebrauchen. Und wie ich es mal gehört hatte von dem Ersteller, dieser Ersteller, nicht von dem, ich sage jetzt mal Chef von diesem Ganzen. Ich habe mal einen Videokurs von dem gekauft für Landschaften. Und der hat gesagt, man kann damit machen, was man will. Ja, also er hat sogar gemeint, ihr könnt das Zeug sogar nehmen und weiterverkaufen. Aber das habe ich jetzt an dieser Stelle nicht gesagt, weil ich finde das eine extrem krasse Aussage. Auf jeden Fall könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und das sind hier extrem hochwertige Sachen. Vor allen Dingen hier zum Beispiel Bücherregal, also Bücher. Ihr erinnert euch, das kann man immer brauchen. Das haben wir im Wohnzimmerkurs gebraucht. Da hätten wir auch das Bild nehmen können. Das sind Sachen, die sind teilweise extrem hochklassig hier. Sehr schön. So, wo finden wir das Ganze? Auf Blender Market. Ich habe jetzt mal ScanTexture eingegeben und hier gibt es ein paar andere Sachen auch. Schauen wir kurz mal durch. ganz nette Sachen. Hier um 10 Euro eine gescannte. Um 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. Meine Güte, da lädt einer hoch. Und die macht dann an alle einzeln. Kann man machen. Die sieht sehr schön aus. Gut, und hier ist mein Paket. Kostet hier 50 Dollar. Hat den Hintergrund, dass die... Ich habe zuerst das als Texturenpaket hochgeladen. Das heißt, die Texturen einzeln. Und er hat nachher gesagt, nee, das geht jetzt irgendwie mal gar nicht. Das muss irgendwie in Blender rein. Und dann bin ich da Stunden gesessen und habe das in Blender reingepflegt. Und deswegen habe ich das hier teurer gemacht, weil das eine Wahnsinns Arbeit war. Und er konnte mir das auch nicht schlüssig begründen, warum er das gefordert hat. Also Blender Market ist da ganz eigen und zusätzlich ziehen die einen Riesenanteil mit vom Verkauf, was bei Gumroad nicht der Fall ist. Und deswegen kostet das hier mehr. Ihr könnt das bei Gumroad kaufen. Machen wir uns nichts vor. Hier sind ein paar Beispiele und besonders nett ein Video, wo ihr dann auch nochmal das Ganze dargestellt seht. Was das kann und wie gut das funktioniert. Hier die Texturen, die benutzt wurden. War alles hier Displacement. So, wenn ihr auf meiner Seite seid, dann kommt ihr zum Gumroad Paket. Mal dann hier, das ist die Seite von Gumroad. Dort könnt ihr auch mit PayPal normalerweise bezahlen, wenn es dort nicht geht. Das kann passieren. Ich hatte das jetzt so öfter gehört. Dann könnt ihr mich ganz einfach anschreiben. Dann machen wir das so. Und genau dasselbe hier quasi in grün. Das ist jetzt hier auf Gumroad und kostet, wenn ich gerade selber schauen, 35 Dollar. Solange der Vorrat reicht, ich glaube es sind noch 20 oder 30 Gutschein-Codes dafür da, könnt ihr Scan 50 eingeben und dann bekommt ihr 10 Dollar Nachlass. Das ist aber nur ein limitierter Discount. Okay, alles klar. Dann habe ich hier noch ein paar Show-Ergebnisse gemacht. Das ist der Feldweg mit ein bisschen Gras dazu. Das ist hier diese eine Waldtextur, die ich extrem gerne verwende, weil die relativ neutral ist. Die kann man für viele Sachen verwenden. Das ist hier mit einem Haufen Grünzeug. Das ist die, die ich damals auf der Burg oben gemacht hatte. Dort war, ich weiß nicht, ob da der Luftdruck anders war, aber dort war das Gras extrem kurz und das hat sich wirklich angeboten für eine Textur. Ja, die Schalung. Dann hier das Holz einmal. Sehr, sehr schön. Na, gemauerte Wand. Zweite, hier mal Boden. Das ist jetzt quasi dieselbe Szene, nur am Boden gerichtet. Hier ist ein bisschen Erde quasi, also auch bloß die Feldtextur. Ein paar Blumen, ein bisschen Gras und hier die Steine. Steine 2 sind das hier, glaube ich. Dann hier der Split. Und das ist jetzt hier der Split, der 8K-Split. Sehr, sehr nett. Schauen wir uns alles an. Hier einmal, da einmal. Der ist einfach. So. Einmal clean. Betonboden. Ich sag ja, der sieht sehr gut aus. Und hier ist noch einmal ein bisschen Color Grading und so. So, dann schauen wir sich das Ganze jetzt hier mal, wie gesagt, an und machen irgendwas Lustiges. Ich hatte ja für PBR-Texturen auch schon mal ein Video gemacht über quasi 3D-Texturen, wie man das Ganze nutzen kann. Und da werde ich auch noch mal einen Link reinsetzen. Und jetzt schaue ich gerade, was wir machen. Nehmen wir mal diese Grid, also Split 10. Ziehen wir die einfach rauf. Warten kurz. Ist geladen. Das hier ist dann das Ergebnis für ungefähr 2x2 Meter, wie gesagt. Vielleicht machen wir da kurz eine Wiederholung. Das heißt, wir setzen die auf 2. Und dann sehen wir, ist die quasi wiederholt. Und wir sehen hier keinerlei Nahtstellen. Die werdet ihr quasi nirgends finden. So. Dann schauen wir da mal rein. Das ist jetzt quasi hier die Eevee-Ansicht. und fügen vielleicht was fügen wir hinzu? Nehmen wir einfach eine Sonne. Vielleicht das Licht, was wir haben, können wir einfach umwandeln in eine Sonne. Machen da ein bisschen Wärme rein. Und schauen wir mal. Bei mir sieht das hier ein bisschen anders aus. Das ist von dem Photographer Add-on. Aber das wird, glaube ich, so gehen. Hier ist ein bisschen Nässe eben simuliert. Die Texturen sind dann hier immer gleich angeordnet. Das heißt, hier die Ambient Occlusion zusammengemixt mit der Base Color, die Roughness. Manchmal ist noch eine Specular dabei. Habe ich aber nachher aufgehört. Macht nicht viel Sinn. Eine Normal Map und die Displacement Map. Alles vorbereitet. Und was macht man zuerst? Schauen wir mal ein Eevee mal rein. Hier. Das ist eine Eevee. Und die Sonne ist wesentlich zu stark. Die müssen wir erst mal ein bisschen zack. Und hier. Die gehört auf 5 oder so was. Und das dann das, wie es in Eevee aussieht. In Eevee kann man, kann man die Roughness noch ein bisschen runter schrauben. Das ist in Eevee und Cycles immer noch ein bisschen anders. Aber das soll auch ein nasser Splittschlamm sein. Und wenn wir da reinschauen, das ist vielleicht hier ein bisschen sehr krass. Können wir das hier einfach bei der Roughness nehmen wir einfach Color Curves. Das geht am einfachsten. Und ziehen das dann ein bisschen rauf. Und können das da quasi dann stumpfer machen. So. Ansonsten Spekular kann man auch mal ein bisschen runternehmen. Und das sind so die zwei Geschichten. Es ist halt nicht mehr so nass. Können wir das wieder ein bisschen runternehmen. Grundsätzlich würde ich die Spekular eigentlich immer relativ weit unten lassen. Das macht. Kommt auf den Fall an. So. Aber hier war eben nass auch gewesen. Deswegen sieht das so aus. Und die sehen hier schon mal sehr schön dreidimensional aus. Die Sonne steht gerade runter. Vielleicht wenn wir das noch grad ändern. So. Wo ist sie? Ne. Die steht eben ein bisschen schräg. So sieht dann mal besser aus. Wenn das ein bisschen. So. Dann schauen wir uns das Ganze in Cycles an. Das heißt. Ich stelle um auf Cycles. Die sind natürlich für Cycles nicht anstrengend zu rendern. Wir sehen selbst auf CPU ist das sofort gerendert. Und so sieht das dann eben in Cycles aus. Hier würde ich jetzt in Cycles normalerweise schauen, dass ich die AO runternehme oder minimiere. Das kommt auch ein bisschen drauf an. Es kommt auch darauf an, ob ich hier wirklich Displacement mache oder nicht. Wir sehen jetzt aber hier, dass selbst bei der Norme schon relativ starke Schatten entstehen. Und wir sehen jetzt auch, das Ding sieht stumpfer aus. Also es kommt so ein bisschen auf die Render Engine an. Ihr könnt euch natürlich auch die Library noch verändern, indem ihr hier das Ganze quasi verdoppelt. Und dann kopiert ihr euch den Material aus Putt und sagt hier einmal, das ist für Cycles und das ist für Eevee. Und dann steppselt ihr das jeweils mit einem unterschiedlichen Roughness Wert ein. Das ist eine Möglichkeit. Nur mal so nebenbei, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich sage ein bisschen Tutorial machen wir auf jeden Fall. Also ein bisschen viel sogar. Und dann würde ich mal hier die nächste Eskalationsstufe einleiten und das Ganze jetzt hier fürs Displacement nutzen. Machen wir das Ganze einfach mal über Old Fashion Way. Das heißt, hier gehe ich mal rein mit Tab-Taste. Rechtsklick, Subdivide, also unterteilen. Das dann mit Shift-R ein paar Mal wiederholen. Machen wir so vielleicht. Und dann gehen wir hier rein, machen Subdivision Surface. Setzen den auf Simple 2 erstmal. Und dann können wir ein Displacement dazu hauen. Dann neue Displacement Textur. Einstellungen. Dann hier die entsprechende Textur raussuchen. Das ist dann Grid 10 Height. Wow. Und dann gehen wir wieder auf den Modifier. Sagen wir wollen das Ganze über die UV haben. Und dann können wir hier die Stärke runterstellen mit 0,1 erstmal. Wichtig immer dabei auf Shades Move setzen. Das ist wichtig. So. Und irgendwie ist hier die Unterteilung noch wesentlich zu wenig. Und da wird es dann bei der Aufnahme natürlich ein bisschen haarig. So. Dann müssen wir hier mal wieder die Roughness ein bisschen runternehmen. Okay. Und die Stärke noch runter. Machen wir hier durch. Oh. Durch 21 habe ich jetzt gemacht. Das wollte ich nicht. Ja. Das ist ein bisschen zu wenig. Mal hier. Sagen wir mal 3. So. Ich schaue natürlich, dass ich bei den Displacement Maps immer die komplette Range ausnutze. Und deswegen wirken die dann teilweise sehr stark. Dafür bilden sie dann aber ein sehr großes Spektrum. Wollte ich sagen. So. Ich muss hier gerade mal schauen. Das gefällt mir so nicht. Das passt eben auch nicht. Weil ich habe es über die UV gemacht. Und die UV habe ich an der Stelle aber verändert auf 2. Deswegen muss ich die auf 1 setzen. Und dann passt das auch miteinander. So sollte es eigentlich eigentlich aussehen. Und dann kann man natürlich die entsprechende Auflösung noch weiter nach oben treiben. Ich zeige euch hier gerade mal, was wir an FaceCount haben. Statistik, dass wir jetzt hier 2 Millionen Triangles. Kann man natürlich so einstellen, dass man das hier im Viewport runter regelt. Und fürs Rendering dann rauf. Das ist eine Möglichkeit. Okay, das ist was, was überall funktioniert. Das können wir dann auch quasi in, wenn wir hier mal in den Material, an den Materialansicht gehen. Dann sehen wir das hier natürlich auch. Ganz klar. Hier sehen wir jetzt sofort wieder saubere Color Map. Und dann müsste man dann wieder quasi, wenn wir das wollen, die M&Occlusion dazu holen. Können wir sich ja auch so ein bisschen. Okay. Super. Dann wir bleiben auf Cycles und schauen uns dann das Displacement an, wie das über die Nodes funktioniert. Das heißt, wir können hier alles mal weg machen, beziehungsweise das lassen wir da. Und dann müssen wir aber bei Cycles auf Experimental stellen. Beziehungsweise, wartet mal, ich zeige euch erstmal die Supported Version. Das, das wir normalerweise Cycles einstellt. Und wir haben jetzt nur Unterteilung drauf im Mesh. Und müssen jetzt hier, ich klappe das mal ein, hier mal die Displacement Map. Und dann brauchen wir dazu einmal Vector Displacement. Und müssen jetzt hier die Color in die Height einstecken. Die Höhe ist schon auf Non-Color gestellt. Alles, wie gesagt, fixfertig vorbereitet. Und dann ins Displacement rein. Und dann sehen wir da schon was. Mal schauen, wie das eingestellt ist. Das ist wahrscheinlich als Bump. Wir müssen hier in die Settings reingehen. Und müssen dann sagen Displacement Bump Only. Wir sagen Displacement Only. So. Und dann funktioniert das auch schon. Sagen wir hier die Skalierung wieder auf Komma Eins. Wird wieder zu viel sein. Und dann sagen wir Komma 0,3. Okay, das wäre jetzt ungefähr das, was wir bräuchten. Und mit der Variante jetzt in Cycles über das Cycles Displacement könnten wir natürlich hier auch problemlos die Skalierung verändern. Und mal jetzt mal 1,5. Und dann passt das. Die Auflösung hier. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Jetzt können wir aber auch bei Cycles das Adaptive Displacement nehmen. Das heißt, wir gehen hier vom Supported auf Experimental. Okay. Und dann können wir auf einmal beim Subdivision auf Adaptive Subdivision stellen. Und jetzt regelt er das anhand der Pixelgröße von dem, was wir sehen. Das ist jetzt hier so, dass hier steht Viewport 8. Das heißt, pro Viewport Pixel hätten wir 8 Pixel, auf die das subdividet wird. Wir sind aber hier mit der Unterteilung jetzt schon höher von dem, was wir übers... Ne, warte mal. Das müsste so passen. Na wurscht. Ich gehe immer runter. Das heißt, 0,5 ungefähr. Das wäre jetzt im Viewport 8 Pixel, 4 Pixel Unterteilung. Und jetzt geht schon, passt schon. Und ich kann man dann wirklich relativ viel machen. Und hier sieht man eigentlich, was eine richtige Höhenmap wert ist. Das ist alles über das Displacement. So, das ist mal eines. Okay. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, wie ihr das Ganze kombinieren könnt. So, ich muss hier mal irgendwie was suchen. Und dann will ich hier ein bisschen Platz schaffen. So, und hier setze ich das kurz zurück auf 1. Das hier mache ich alles zu. Brauchen wir nicht. So. Und jetzt schauen wir uns an. Im Quick Surface Set On gibt es den Water Layer. Da klicken wir drauf. Da haben wir ihn. Und da müssen wir jetzt nur die Sachen dazwischen schieben. Gehen wir hier mal kurz auf irgendwas drauf. Auf eine Textur. Dass es hier nicht ständig neu lädt. Und jetzt müssen wir die Roughness in die Roughness. Dann die Normal. Was brauchen wir noch? Die Höhe. Also von der Height Map. Displacement Map. In Bump 1. Und jetzt können wir die Sachen hier. Specular Water kommt in Specular rein. Dann Roughness in Roughness. Und Bump. Hier brauchen wir dann. Gehen wir von Normal weg. Und nehmen ein Bump Node. Und dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Das ist aber dann so. Und dann gehen wir da rauf. Und schauen uns das Ganze mal an. So. Jetzt sieht das so aus. Gerade mal hier ein bisschen anpassen. Über das Bump. Wenn man es über das Bump macht. Also nicht die Normal Map verwendet. Sieht das in der Regel auch noch mal rauer aus. Je nachdem wie man es anwendet. Deswegen wollte ich euch das jeweils zeigen. Und jetzt können wir hier das Water Level anheben. Und warte mal. Was ich vergessen habe. Wir müssen das. Wir machen es ja hier mit. Das heißt. Warte. Die Höhe kommt ins Displacement rein. So. Aber das schaut auch schon sehr gut aus. Das hier löschen. So. Das ist es. Jetzt steht hier alles unter Wasser. Das heißt. Das jetzt mal auf Komma 2. Das Wasser Level. Also ist dann die Höhe. So. Und hier. Das kommt jetzt schon ein bisschen besser. Hier kann man jetzt noch sagen. Wie weit soll die Kontaktnässe sein. Setzen wir die mal auf Komma 1. Okay. Und dann. Komm mal schauen hier. Das ist ziemlich flach. Sehe ich gerade. Deswegen Komma 0,3. So. Das ist ein bisschen besser. Dass wir hier nasse und. Bisschen trockene Stellen vielleicht haben. Das Wasser Level werden wir hier nochmal. Um 0,5. 0,05 anheben. 3. So. Kommt hier schon Wasser durch. Nicht so richtig. Hier ist ein bisschen was. Was so angesifft ist. Okay. Und hier haben wir jetzt eindeutig eine Pfütze. So. Irgendwie sieht die Sonne. Komisch aus. Sehr groß. Aber so funktioniert das Ganze. Das ist jetzt hier. Eben der Vorteil. Dass bei den Texturen. Eine Displaysmit Map dabei ist. Dadurch kann man eben auch. Das als Bump Map. Für den. Für den Water Layer. Und andere Sachen verwenden. Auch für den Virtual Layer. Videos dazu habe ich schon gemacht. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das Addon. Und dann habt ihr da. diese Spiele rein dabei. Und könnt dann hier quasi sowas machen. Und das. Sieht schon mal sehr nett aus. Vielleicht ist das Wasser ein bisschen hell. Können wir dann hier. Einfach die. Dunkleheit ein bisschen drauf drehen. Jo. Das ist ein bisschen besser. Je nachdem wie man will. Mache ich hier mal. Komma. Sieben. Ja. Das ist doch mal. Ganz nett. Ja. Das heißt. Wenn man das dann nicht mehr. Über die Normal Map. Macht. Das will ich aber auch. Noch irgendwie ergänzen. Da habe ich schon eine Idee. Wie ich das machen kann. Normal Maps. Sind immer ein bisschen schwierig. Muss ich die Kanäle separieren. Und dann müsste ich sagen. Da wo das Wasser ist. Dort sind die Werte. Einfach auf 0,5. Das kriege ich schon irgendwie hin. Das will ich dann auch. Ins Quick Surface Addon. Für die nächste Version einbauen. Da habe ich so viele Sachen. Die da reinkommen sollen. Und wenn man das dann aber. Hier einfach vom Water Layer. Vom Bump Ausgang. Ins Displacement steckt. Und dann eben mit Adaptive Sampling arbeitet. Oder auch nicht. Wir können hier nochmal zurückstellen. Auf das normale Cycles. Und das macht hier dann nicht so viel Unterschied. Außer dass es ein bisschen schneller und flüssiger läuft. Das ist jetzt hier dann die Unterteilung. Da müsste man einfach beim Subdivision dann da weiter rauf gehen. Und wie gesagt. Fürs Rendering kann man das eh dann alles einstellen. Einstellen. Tja. So. Nehmen wir vielleicht nochmal hier zum. Nehmen wir ein paar mehr Texturen hier. Also nehmen wir mal Forest. So. Die ist auch sehr sehr nett. Mit dem Holz. Machen wir da mal Displacement drauf. Jetzt haben wir ein Subdivision drauf. Wir könnten es auch für sich direkt wieder beim Dings einstecken. Beim Shader hier. Machen wir hier wieder dasselbe. Ziehen vielleicht die Displacement Map einfach rüber. Dann kann man das hier in einem kleinen Fenster machen. Dann nehmen wir wieder weg Door. Displacement. Und. Zack. Zack. Wie gesagt. Im einfachen Falle kann man die wirklich so verwenden. Die Texturen. Aber wenn man es hochqualitativ haben will. Auf maximale Details. Dann kann man es über das Displacement machen. So. Gerade mal schauen. Müssen wir wieder einstellen. Meine Güte. Bei den Textureinstellungen. Bei Settings. Auf. Machen wir. Displacement und Bump. Normalerweise aufwendig nur das Displacement. So. Zack. Boom. Und die Skalierung Komma Eins. Fangen wir da mal an. Ist immer ein ganz guter Wert. Und was immer recht interessant ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meinen Videos zum Parallax Shader. Bei einer Displacement Map. Hat man. Hat man. Wenn man das hier von der Seite sieht. Das heißt. Die Plane ist hier. Von der Seite gesehen. Und die Reichweite einer Displacement Map. Geht immer von 0. 0. Auf 1. Das heißt von dunkel auf hell. Und. Da muss immer der Nullpunkt. Also der Mittelpunkt in der Mitte liegen. Bei 0,5. So. Und bei dem Parallax. Also bei den Maps. Die man für Parallax verwendet. Die kann man natürlich dafür auch nehmen. Ist aber immer so. Dass der Parallax Effekt in die Tiefe geht. Das heißt die Nulllinie ist eigentlich hier oben. Und der arbeitet nach unten. Eine Parallax Map. Ich weiß nicht ob das für euch Sinn macht. Aber das ist der Unterschied. Bei einer Displacement Map. Wenn man das normal verwendet. Ist der Nullpunkt immer bei 0,5. Und dann geht es rauf oder runter. Und bei einer. Wenn man das für einen Parallax Effekt verwendet. Der geht immer nur von Höhe 0 nach unten. Ja gut. Lassen wir das. Nur so. Quasi hier nebenbei. Wollte ich ja ein bisschen was erzählen. So. Das sieht sehr cool aus. Können wir hier ausnahmsweise vielleicht sogar ein bisschen rauf drehen. Gehen wir mal auf. 50% mehr. Und hier ist halt wirklich. Das können wir sogar noch stärker rauf drehen. Das ist. Das ist das. Bisschen dunkel kommt es mir jetzt irgendwie gerade vor. Aber die Sonne. Die Sonne rauf stellen. Oder vielleicht noch eine. Na komm. Eine Halle E-Map dazu. Und vielleicht auf durchsichtig stellen. Bei Film. Transparent. Upsala. So. Okay. Also die ist auch. Sehr krasse Textur. Und. Was. Was. Was nehmen wir noch. Was haben wir denn noch. Schön ist das Field. Ist noch recht interessant. Im Ende sind alle interessant. Aber. Ich schaue gerade mal. Ob ich die. 8 Grad Textur finde. Das. Ist das die. Ich muss gerade mal schauen. Ja. Die sieht ganz gut aus. Gehen wir da. Skalierung. 0,5. So. Und hier müsste man dann die Unterteilung noch weiter hoch setzen. Weil hier kommt wirklich. Hier kommt wirklich jeder Stein raus. 1,2. Ja. Die muss auch richtig stark runter regeln. Aber ich glaube. Das ist nicht mal die Textur. Aber stellt euch vor. Ihr modelliert irgendwas. Und habt ihr einen schönen Weg. Ich schaue gerade noch mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht mehr welche das war. So. Das müsste jetzt hier die 8 Grad Textur sein. Und wenn ihr da mal schaut. Ich habe jetzt auf Adaptive Sampling umgestellt. Die könnte man sogar noch stärker anheben. Und hier kann man wirklich bis zum letzten Stein runter. Und selbst die Steine auf den Steinen sind noch zu sehen. So. Sehr schön. Die Ambient Occlusion könnte man deaktivieren. Das sieht wahrscheinlich für Cycles besser aus. Ich freue mich über das Feedback, das ich bis jetzt von euch dazu bekommen habe. Für die was gekauft haben und damit sehr zufrieden war. Ansonsten hoffe ich, wenn ihr das kauft, dass euch das gefällt. Dass euch dieses Video in jedem Fall auch gefallen hat. Weil ich euch hoffentlich ein bisschen was zu Texturen zeigen konnte. Und wie man die verwenden kann. Das Ganze dann in Verbindung nochmal mit dem Wasser Layer zum Beispiel. Für den Virtual Layer kann man es auch verwenden. Funktioniert alles dadurch, dass eben die Displacement Maps dabei sind. Polyhaven nicht vergessen, wenn ihr kostenlose Texturen wollt. Es ist auf jeden Fall eine wertvolle Ergänzung auch zu Polyhaven. Weil hier einiges dabei ist, was bei Polyhaven gar nicht gibt. Ansonsten schaut gerne dafür vorbei auf Gumroad und auf Blender Market. Dort seht ihr Ergebnisse, die damit gemacht wurden. Und ihr könnt euch auch auf meiner Download Seite hier diese entsprechenden Modelle anschauen. Wo ihr dann quasi nochmal richtig hier rein zoomen könnt in die entsprechenden Bereiche. Es steht jeweils da, das hier ist Zoom 1000. Also eine 10-fache Vergrößerung. Das hier ist eine 2-fache Vergrößerung. Ein Ausschnitt, weil das Ganze natürlich sehr anstrengend für die Webseite ist. Wollte ich sagen. So, dort könnt ihr euch auch die Layer anschauen. Ihr kennt euch aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video auf jeden Fall. Da gibt es dann wieder Tutorials. Ich freue mich schon drauf. Es wird ein Riesenvideo zu Fotogrammetrie geben. Und dann kommt nochmal was zu Marmoset und was nicht alles. Also es gibt noch jede Menge Sachen zu bearbeiten. Jede Menge Themen. Ihr könnt Themenvorschläge jederzeit natürlich gerne in den Kommentaren posten. Dieses Video bewerten. Und wenn ihr Hilfe braucht, Discord-Kanal besuchen. Dort wird euch geholfen. Wenn nicht von mir, dann von jemand anders. Bis jetzt konnte man noch jedes Problem lösen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020